Ja, vielen, vielen herzlichen Dank auch schon für alle Beiträge, die Umrahmung, die einleitenden Worte. Und auch Sie alle darf ich natürlich ganz, ganz herzlich grüßen zu diesem Gottesdienst hier heute Morgen in der Zeonshalle. Ja, ein Theologe der Universität zu Entenhausen, der würde diese Predigt heute Morgen womöglich wie folgt beginnen. Liebe Geschwister und Geschwisterinnen, ganz herzlich begrüße ich Sie im Namen unserer Gottheit und Heiligen Geistin zur biblischen Märchenstunde. Wir haben zu Beginn aus dem vierten Buch Mose gelesen, wobei uns der Autor oder die Autorin dieser religiösen Schrift nicht näher bekannt ist. Hierbei haben wir es mit einer ziemlich abwegigen Geschichte zu tun und natürlich dürfen wir das dort Geschriebene nicht wörtlich und somit auch nicht ganz ernst nehmen. Aber wir können gleichwohl aus dieser Geschichte etwas lernen. Und folglich fragen wir uns, was der Autor oder die Autorin oder uns mit dieser seltsamen Geschichte sagen möchte. Eins vorweg. Genauso wenig wie ein Esel sprechen kann, von zweibeinigen einmal abgesehen. Genauso dürfen wir davon ausgehen, dass es natürlich niemals einen Propheten namens Biliam gegeben hat. Keinerlei historische Belege sprechen für die Glaubhaftigkeit dieser wundersamen Geschichte, womit zweifelsfrei und alternativlos belegt ist. Dass es sich hier selbstverständlich nicht um ein historisches Ereignis handelt, sondern um eine Fabel, die symbolisch und mythologisch interpretiert werden muss. In dieser Art mache ich jetzt nicht weiter, sonst werde ich noch von der Landeskirche abgeworben. Ja, um sonntäglich das zu verkünden, was denen in den Ohren kitzelt. Also begebe ich mich wieder auf das Mitternachtsrufniveau, welches bedeutet, dass wir uns der Wahrheit zuwenden und wir die Bibel doch tatsächlich so nehmen, wie es geschrieben steht. Die Ältesten der Gemeinde können sich also wieder beruhigen und das Mikrofon kann zumindest vorerst noch angeschalten bleiben. Der Text, um den es heute geht, um den es gehen soll, den haben wir in der Einleitung gelesen, in erster Linie, 4. Buch Mose, Kapitel 22. Und tatsächlich kommen wir ja nicht umhin, wenn wir aufmerksam zugehört haben, ja bekennen zu müssen, das ist wirklich eine wundersame Geschichte. Es gibt wohl kaum einen unglaubwürdigeren Bericht als diesen. Und das hier Geschilderte, ja das erinnert uns eher an Erzählungen aus Eintausend und eine Nacht. Und dennoch, oder sogar gerade deshalb, wagen wir uns an diese Begebenheit heran. Zuvor möchte ich jedoch noch kurz mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen ja von Herzen Dank sagen für den heutigen Gottesdienst. Auch schon für all das, was wir hören durften, was wir singen durften, Herr. Hab Dank für die Gewissheit, dass wir dir und deinem Wort vertrauen dürfen, Herr. Und hab Dank jetzt auch für diese Wortverkündigung. Schenk es, Herr, dass wir mit geöffneten, mit bereiteten Herzen hören, was du uns aus deinem Wort zu sagen hast. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Beleuchten wir in aller Kürze zunächst einmal den historischen Rahmen, bevor wir in den eigentlichen Text einsteigen. Das Volk Israel, es befindet sich nach dem Auszug aus Ägypten und während der 40-jährigen Wüstenwanderung auf den Weg in das verheißene Land Kanaan. Nachdem die Edomiter weigerten, die Israeliten durch ihr Gebiet ziehen zu lassen, taten es denen die Amoriter-Stämme, die jetzt jenseits des Jordans lebten, gleich. Ja, mehr noch, die Amoriter-Könige schlugen nicht nur die Bitte der Israeliten ab, sondern sie versammelten ihre Streitkräfte zum Kampf gegen das Volk Israel. Mit Gottes Hilfe konnten die Israeliten die Amoriter jedoch schlagen und diese Schlacht oder diesen Krieg für sich entscheiden. Und dann haben wir ja eben aus dem vierten Buch Mose Kapitel 22 gelesen und gehört, wie daraufhin Balak, der König von Moab, ebenfalls ein Gebiet östlich des Jordans, sich vor den Israeliten fürchtete, da er von deren Siegeszügen erfahren hatte. Und wie die Edomiter, so waren ja auch die Moabiter mit den Israeliten verwandt. Denn Moab, wovon die Moabiter abstammten, war ein Sohn von Lot, dem Neffen Abrahams nachzulesen im ersten Buch Mose Kapitel 19. Und Gott hatte Mose zuvor geboten, die Moabiter jetzt während den Feldzügen auch zu verschonen. So heißt es im fünften Buch Mose, und das lese ich uns, fünfte Buch Mose Kapitel 2 Vers 9, da spricht Gott zu Mose, Ohnehin hatte Israel gar nicht die Absicht, sich in Moab niederzulassen, geschweige denn gegen Moab Krieg zu führen, sondern Israel bat seine Verwandten lediglich jetzt auf den Weg hin in das verheißene Land um einen ungehinderten und friedlichen Durchzug. Nicht mehr und nicht weniger. Folglich war die ausgesprochene Angst des Moabiter Königs vor einem möglichen Einfall Israels ja völlig unbegründet. Und irgendwie weist das alles Parallelen zur Gegenwart auf, wo die umliegenden Länder Israels, ja mit der Staatsgründung Israels und ja auch schon zuvor, die sich ja ebenfalls weigern, die Juden durchziehen zu lassen, beziehungsweise Juden unter sich wohnen zu lassen. Und zugleich, bereits in den Kindergärten beginnend, Angst, Angst und Hass vor Israel schüren, die an und für sich an den Haaren herbeigezogen und unbegründet ist, da Israel doch gar nichts Böses im Schilde führt und lediglich in Frieden in seinem von Gott gegebenen Land leben will. Ja, nicht Israel ist der ständige Provokateur und Aggressor, sondern die arabischen Nationen. So ist es heute und so war es einst. Schauen wir aber nun, wie es in unserem Text hier weitergeht. Balak, der König von Moab, er ließ jetzt im Verbund mit den benachbarten Midianitern Boten zu einem ganz offensichtlich sehr bekannten Propheten und Wahrsager namens Biliam schicken. Mit dem Auftrag, dass dieser das Volk der Israeliten verfluchen solle. Und tatsächlich wendet sich jetzt dieser Biliam, der selber kananitischer Abstammung war, an den Gott Israels. Und was Gott Biliam antwortet, das finden wir hier in unserem Abschnitt im vierten Buch Mose, Kapitel 22, ab Vers 9. Und ich lese uns zunächst die Verse 9 bis 11. Vierte Buch Mose, Kapitel 22, die Verse 9 bis 11. Und Gott kam zu Biliam und sprach, wer sind diese Männer bei dir? Und Biliam sagte zu Gott, Balak, der Sohn Zippors, der König von Moab, hat sie zu mir gesandt. Und jetzt zitiert er praktisch Balak bzw. dessen Bitte. Siehe, das Volk, das aus Ägypten ausgezogen ist, Israel, bedeckt die Fläche des Landes. Komm jetzt, verfluche es mir. Vielleicht bin ich dann imstande, gegen es zu kämpfen und es zu vertreiben. Gemäß dem vorangegangenen Vers, nämlich Vers 8, kann man davon ausgehen, dass Biliam wie selbstverständlich an die Existenz Gottes glaubte. Und auch glaubte, dass ihm Gott sehr wohl auch eine Antwort geben würde. Lesen wir das, Vers 8, der Vers zuvor. Und er sagte zu ihnen, also zu diesen Boten, übernachtet hier diese Nacht und ich werde euch Antwort bringen, wie der Herr zu mir reden wird. Und die Obersten von Moab blieben bei Biliam. Und hier, und das gilt es zu beachten, hier gebraucht Biliam sogar Gottes Eigennamen, den Namen Gottes, Jachwe. Denn er spricht hier und ich werde euch Antwort bringen, wie der Herr, Jachwe, zu mir reden wird. Ja, das heißt, Biliam selbst, kananitischer Abstammung, er spricht hier nicht von irgendeinem Gott, sondern ganz konkret von dem Gott Israels. Und in Vers 18, wenn wir dann diesen Sprung machen, als Balak dann ein zweites Mal Boten zu Biliam sandte, da setzt Biliam dem sogar noch eins drauf. Da heißt es nämlich dann in Vers 18, da spricht Biliam und Biliam antwortete, Vers 18, und sagte zu den Knechten Balaks, wenn Balak mir auch sein Haus voller Silber und Gold gäbe, könnte ich nicht den Befehl des Herrn, Jachwe, meines Gottes, übertreten. Ja, das lässt doch aufhorchen, dass Biliam, ein Wahrsager, kananitische Abstammung und Wahrsagerei war und ist Gott ein Gräuel. Gott abermals mit seinem eigenen Namen Jachwe anspricht und sogar noch hinzufügt, Jachwe, meines Gottes. Allein diese beiden Verse, die ich jetzt zitiert habe, ja, die würden doch vermuten lassen, dass Biliam an den einzig wahren Schöpfergott geglaubt hat. Aber, 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 zwischen dem, was man sagt und dem, was man denkt und tut und vor allem, wovon das Herz erfüllt ist, besteht oftmals ein Unterschied. Auch so manch eine Aussage heutzutage von wem und in welchem Zusammenhang auch immer würde vermuten lassen, dass wir es mit einer tiefgläubigen Person zu tun haben, aber wenn man dann einmal hinter die Fassade schaut, leider etwas anderes offenbar wird. Ja, allein an die Existenz Gottes zu glauben, ja, sogar eine gewisse Gottesfurcht zu besitzen, ist zwar richtig und auch enorm wichtig, aber noch nicht das Entscheidende. Nicht die Theorie ist das Wesentliche, sondern die Umsetzung, ja, die Praxis. Nicht dein Kopfwissen ist ausschlaggebend, sondern dein Herz. Und nicht deine Frömmigkeit ist maßgeblich, sondern deine Hingabe. Biliam war ein praktizierender Magier und Wahrsager, wie wir es an anderer Stelle erfahren. Und er glaubte an die verschiedenen, an die verschiedenen Gottheiten der unterschiedlichen Nationen. Und so glaubte er sehr wohl auch, auch, auch an den Gott Abrams, Isaks und Jakobs. Aber wohlgemerkt auch und nicht einzig und allein. Für ihn war der Gott Israels ein Gott unter vielen, wenn auch ein besonders mächtiger Gott, dem Biliam auch durchaus zugetan war. Und so gibt es auch heutzutage gottesfürchtige Menschen, die auch an den Gott der Bibel glauben, aber in einem Atemzug auch alle anderen möglichen und unmöglichen Götter tolerieren und alles und jeden in einen großen Topf werfen und als religiösen Einheitsbrei verköstigen. Aber der Gott der Bibel ist kein Gott unter vielen, sondern ein eifersüchtiger und alleiniger Gott, dem einzig und allein die Ehre gebührt. Und das besagt im Übrigen auch der Ausdruck Eifersucht. Wenn wir im fünften Buch Mose beispielsweise im fünften Buch Mose lesen, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist, da heißt es zum Beispiel in fünften Mose Kapitel 4 Vers 24, denn der Herr Jachwe, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer und ein eifersüchtiger Gott. Und das findet an den verschiedensten Stellen seine Wiederholung und jedes Mal steht es im Zusammenhang mit der Einzigartigkeit Gottes und somit mit seinem Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ja, Gott gibt sich nicht damit zufrieden, die Nummer zwei zu sein oder ein Gott unter vielen. Nein, entweder du liebst Gott mit ungeteiltem Herzen, mit aufrichtigem Herzen, mit völliger Hingabe oder aber du liebst Gott nicht. Sie geben sich doch auch nicht damit zufrieden, nur die Ehefrau oder Ehemann Nummer zwei zu sein, oder? Und der Herr Jesus, er sprach diesbezüglich auch nachzulesen in Matthäus Kapitel 22, ich lese es uns, Matthäus 22, die Verse 37 und 38. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Ja, haben wir recht gehört? Wie sollen wir Gott lieben? Mit ganzem Herzen, mit völliger Hingabe, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Bitte, wo ist denn da Raum für einen weiteren Gott? Alles andere, als Gott allein die Ehre zu erweisen, ist geistliche Hurerei, auf die Gott nicht nur eifersüchtig, sondern sogar zornig ist. Wie ein verzehrendes Feuer, wie wir es eben im fünften Buch Mose gelesen haben. Und das steht doch jetzt im krassen Gegensatz zu diesem fatalen Geschwafel, dass Gott in seiner grenzenlosen Liebe alles still, schweigend erduldet und verzeiht. Welch ein Trugschluss. Was für eine Lüge. Gott duldet nämlich keinen Ungehorsam. Und Gott verzeiht auch keinen geistlichen Ehebruch. Gott duldet keine Sünde und Gott verzeiht auch keinen Götzendienst, in welcher Art und Form auch immer. Und wenn Gott in seiner Liebe und Langmut dem gottlosen Treiben der Menschen auch lange und stillschweigend zuguckt, so lässt er sich dennoch nicht spotten. Und der Tag seines heiligen Zorns, der Tag seines gerechten Gerichts wird sich zu seiner Zeit über alle Menschen, Nationen und Völker ergießen. Und zwar über alle, die sich nicht in seinem Sohn Jesus Christus haben reinwaschen lassen. Denn einzig und allein nur in Jesus Christus hat uns Gott seine Liebe erwiesen. Und nur in dem teuren, kostbaren Blut des Herrn Jesus, welches er für uns am Kreuz von Golgatha vergossen hat, ist uns Vergebung zuteil geworden. Und auch das ist biblische Wahrheit, die jedoch selbst viele Christen nicht mehr hören wollen. Da geht es dann nur noch um Liebe und Toleranz. Und man vergisst und verdrängt, dass Gott ein heiliger, gerechter, zorniger und eifersüchtiger Gott ist, der keine Kompromisse duldet. Und es gibt nur einen Ausweg. Ja, es gibt nur eine Lösung, um dem gerechten Zorn Gottes zu entgehen und Frieden mit Gott zu erhalten, einzig und allein in Jesus Christus. So wie es unter anderem im Römerbrief geschrieben steht, ich zitiere für viele, viele, viele andere Stellen lediglich mal zwei Verse aus dem Römerbrief. Römer Kapitel 5, Vers 1. Römer Kapitel 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden, Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Römer Kapitel 5, Vers 9. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut, das Blut des Herrn Jesus hier am Kreuz von Golgatha, da wir nun durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn, also durch Jesus Christus vom Zorn gerettet werden. Ohne Jesus jedoch stehst du unter dem gerechten und heiligen Zorn Gottes und da kannst du menschlich gesprochen noch so lieb und noch so tolerant sein. Nur Jesus allein versöhnt dich mit Gott und schließt Frieden zwischen dir und dem heiligen und wahrhaftigen Schöpfergott. Aber kommen wir darauf zurück, dass Biliam ja auf eine Antwort wartete und die Antwort des allmächtigen Gottes, ja, der ließ an Deutlichkeit nichts vermissen. Zurück ins vierte Buch, Mose, Kapitel 22, Vers 12. Vers 12. Die Antwort Gottes. Also die Antwort Gottes ist derart klar und deutlich, dass Biliam gar nicht anders kann, als sich dem Willen Gottes zu fügen. Ja, mit anderen Worten, Biliam kann Israel gar nicht verfluchen, ja, warum nicht? Da Gott selbst beschlossen hat, sein Volk zu segnen. Und im weiteren Verlauf, dann in Kapitel 23, kommt das noch einmal klar zum Vorschein, in welcher Biliam dann später bezeugen muss. Kapitel 23, Vers 20. Siehe, zu segnen habe ich empfangen. Ja, mit anderen Worten, Balak, du hast mich kommen lassen, damit ich das Volk Israel verfluche. Aber siehe, zu segnen habe ich empfangen, denn er, der Gott Israels, hat gesegnet. Und ich kann es nicht wenden. Biliam sagt hier im Übrigen nicht, dass er es nicht wenden will oder nicht wenden wollte. Er sagt, ich kann es nicht. Ich kann es nicht wenden. Ja, selbst wenn Biliam wollte, so könnte er Israel nicht verfluchen, weil kein Geringerer als Gott selbst fest beschlossen hat, sein Volk zu segnen. Und so spricht dann auch später, wir lesen das im Buch Joshua, als dann das Volk Israel ja dann in das verheißene Land eingezogen ist. Und da spricht Gott zu seinem Volk quasi ja rückblickend hier auf dieses Ereignis wie folgt. Joshua Kapitel 24, die Verse 9 und 10. Joshua Kapitel 24, Vers 9, Vers 10. Daher folgt jetzt der Rückblick. Da erhob sich Balak, der Sohn des Zippor, der König von Moab und kämpfte gegen Israel. Und er sandte hin und ließ Biliam, den Sohn des Beor, rufen, euch zu verfluchen. Und dann spricht hier Gott, ja? Aber ich wollte nicht auf Biliam hören und er musste, und er musste euch segnen. Und bei alledem, da kommt mir Römer Kapitel 8, Vers 31 in den Sinn, wo es sinngemäß heißt, wenn Gott für uns ist, wer will denn da gegen uns sein? Ja, und das kann man doch auch auf uns, ja? Auf die Gemeinde heute übertragen. Zumal der Römerbrief ja auch an die Gemeinde gerichtet ist. Und auch die Gemeinde, ja sie wird seit ihrem Bestehen bedrängt, verflucht und verfolgt. Diffamiert und verspottet, lächerlich gemacht. Und dennoch, und dennoch ist die Gemeinde des lebendigen Gottes weltweit, ob in Nordkorea, ob in Nigeria, in Ägypten oder in der Schweiz, weltweit die Gemeinde des lebendigen Gottes nicht unterzukriegen. Und wird in Jesus Christus einen triumphalen Sieg davontragen. Denn wenn Gott für uns ist, wer will da gegen uns sein? Sind wir uns überhaupt dessen bewusst, was es bedeutet, wiedergeboren zu sein in Christus Jesus und was es beinhaltet, ein Kind Gottes sein zu dürfen? In Christus Jesus sind wir mit Gott versöhnt. In Christus Jesus haben wir Frieden mit diesem allmächtigen, heiligen Gott. In Jesus Christus stehen wir eben nicht mehr unter dem gerechten Zorn Gottes. In Jesus Christus sind wir Glieder an seinem Leib und von unserer Stellung her vollkommen gemacht. In Jesus Christus sind wir vor Gott gerecht gesprochen und mit ihm versöhnt. In Jesus Christus sind wir Sieger. Selbst in der größten Not und inmitten des schlimmsten Leides. Weil wir wissen, was auf uns wartet, einst in der Herrlichkeit bei ihm. Und das ist Gnade, liebe Geschwister. Das ist Gnade. Denn nichts von alledem haben wir uns ja verdient. Genauso wenig, wie sich Israel irgendetwas verdient hätte. Oh nein. Es war und es ist einzig und allein Gottes Gnade und sein Wille, Israel zu segnen, um mit seinem Heils- und Erlösungsplan zum Ziel zu kommen. Und da kann die Welt kopfstehen und vor Wut schäumen. Gott wird mit seinem Volk und mit seiner Gemeinde, mit dir, mit ihnen und mit mir zum Ziel kommen. Und auch Biliam. Biliam hat das erfahren dürfen und auch erfahren müssen. Oh ja. Für die einen ist es ein erfahren dürfen, für manch anderen jedoch auch ein erfahren müssen. Biliam, er glaubte ganz offensichtlich an Jachwe, wie wir bereits festgestellt haben. Er glaubte an den Gott Abrahams, Isaks und Jakus. Ach was, was sage ich sogar noch mehr? Er wusste, er wusste um den allmächtigen Gott Israels. Biliam wurde die Gnade Gottes vor Augen geführt. Er selber, er musste im Auftrag Gottes das Volk Israel segnen. Er wurde konfrontiert mit der Macht des Allmächtigen. Und dennoch kam Biliam zu Fall. Aber warum? Wie ist das möglich? Nachdem Biliam doch noch so eindrücklich sprach, ja selbst wenn Balak mir sein Haus voller Silber und Gold gäbe, so könnte ich nicht den Befehl des Herrn Jachwe meines Gottes übertreten. Was nur, ließ Biliam zu Fall bringen. Interessant ist, dass uns das vierte Buch Mose gar keine Antwort darauf gibt. Und wir müssen ins Neue Testament gehen, um diese Frage zu beantworten. Beispielsweise Offenbarung Kapitel 2 Vers 14. Aus Offenbarung Kapitel 2 Vers 14, da erfahren wir, dass sich Biliam letztendlich dazu hinreißen ließ, den guten Weg zu verlassen und den Moabitern und Midianitern ganz offensichtlich einen Rat gab, der dazu beitrug, Israel zu verführen und zu Fall zu bringen. Und so heißt es in Offenbarung Kapitel 2 Vers 14, es ist das Sendschreiben an die Gemeinde zu Pergamon, wie folgt. Ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast. Und jetzt wird Bezug genommen auf Biliam, welche die Lehre Biliams festhalten. Ganz offensichtlich eine falsche Lehre, der den Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen, so dass sie Götzen, Opfer, Asen und Unzucht trieben. Und dieses Geschehen bezüglich des Götzendienstes Israels und deren Unzucht, das wird dann gleichwohl in Kapitel 25 im vierten Buch Mose beschrieben. Ohne jedoch, ohne jedoch, dass dort Biliam Erwähnung findet. Aber so ergänzen sich Altes und Neues Testament. Wie ohnehin auch heilsgeschichtlich betrachtet, das Alte Testament ohne das Neue Testament unvollständig ist und das Neue Testament ohne das Alte nicht vollumfänglich verstanden werden kann. Und so auch hier. Ohne das Neue Testament könnten wir letztendlich gar nicht vollumfänglich verstehen, was da damals einst geschehen ist, im Rahmen dessen, was sich um Biliam ereignet hat. Und umgekehrt, ohne dieses Geschehen aus dem vierten Buch Mose, wäre diese Stelle aus der Offenbarung für uns ein Buch mit sieben Siegeln. Wir brauchen beides. Altes und Neues Testament als fortlaufende Offenbarung des Allmächtigen Gottes. Und dreimal, dreimal wird Biliam im Übrigen im Neuen Testament erwähnt und jedes Mal als schlechtes und warnendes Beispiel. Kommen wir damit zurück, auf unseren Text zu sprechen. Vierte Buch Mose, Kapitel 22. Nachdem Biliam den Botschaftern mitteilte, dass er nicht kommen werde, da es ihm Gott verwehre, kehrten die Botschafter mit dieser ablehnenden Nachricht zurück. Die Verse 13 und 14. Und Biliam stand am nächsten Morgen auf und sagte zu den Obersten von Balak, geht wieder in euer Land, denn der Herr Jachwe hat sich geweigert, mir zu gestatten, mit euch zu gehen. Und die Obersten von Moab machten sich auf und kamen zu Balak und sagten, Biliam hat sich geweigert, mit uns zu gehen. Ja, nun, dass der Moabiter-König mit dieser Auskunft nicht sonderlich zufrieden war, das verwundert nicht wirklich. Und so lässt er auch nicht locker und er startet einen zweiten Anlauf. Abermals. Abermals schickt er seine Boten, die Biliam jetzt förmlich Honig um den Bart schmieren, um diesen zu überreden, doch noch der Bitte, Balaks nachzukommen, um Israel zu verfluchen. Die Verse 15 bis 18. Da sandte Balak noch einmal Oberste, mehr und Angesehenere als jene. Und sie kamen zu Biliam und sagten zu ihm, so spricht Balak, der Sohn Zippos, lass dich doch nicht abhalten, zu mir zu kommen. Denn sehr hoch, denn sehr hoch will ich dich belohnen. Und alles, was du mir sagen wirst, will ich tun. So komm doch, verfluche mir dieses Volk. Und Biliam antwortete und sagte zu den Knechten Balaks, wenn Balak mir sein Haus voller Silber und Gold gäbe, könnte ich nicht den Befehl des Herrn meines Gottes übertreten, um etwas Kleines oder Großes zu tun. Ja, ist doch wunderbar. Hier könnte die Geschichte doch eigentlich enden. Und dann bräuchten wir auch keinen sprechenden Esel mehr. Sie kämen pünktlich nach Hause und ich aus meiner Krawatte. Es war doch alles gesagt. Ist doch alles geklärt. Gott hatte gesagt, du sollst nicht mit ihnen gehen. Und Biliam selber bezeugt, ich kann den Befehl meines Herrn nicht übertreten. Ist doch herrlich. Genau so sollte es sein. Gott spricht und wir gehorchen. So einfach. Und doch so schwer. Denn wir haben es auch hier in dieser Geschichte nicht nur mit einem Esel, sondern auch noch mit einem Kamel zu tun. Ein Kamel namens Biliam. Vers 19. In unmittelbarem Zusammenhang vorher noch dieses Zeugnis. Ich kann den Befehl meines Herrn nicht übertreten. Da kannst du mich überhäufen mit Geschenken. Ich kann es nicht. Und dann Vers 19. Da spricht Biliam zu diesen Boten. Und nun bleibt doch auch ihr hier diese Nacht. Ja, und am nächsten Morgen werde ich euch dann nach Hause schicken. Geht nicht, ich kann nicht kommen. Nein, nein, nein. Und nun bleibt doch auch ihr hier diese Nacht. Und ich werde erkennen, was der Herr weiter mit mir reden wird. Warum? Warum befragt Biliam den Herrn ein zweites Mal? Obwohl doch Gottes Anweisungen nach der ersten Befragung klar und deutlich waren. Geh nicht mit ihnen. Verfluche das Volk nicht, denn es ist gesegnet. Ja, wäre es nicht besser gewesen, sich genau darauf zu berufen? Zieht Biliam mit seiner erneuten Befragung ja Gottes Wort womöglich in Zweifel? Ja, sollte Gott wirklich gesagt haben? Sollte er es wirklich so gemeint haben? Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Vielleicht hat Biliam auch einfach nur gehofft, dass es doch noch eine Möglichkeit gibt, gehen zu dürfen. Zumal das Angebot von Balak sehr, sehr verlockend war. Vielleicht sogar noch verlockender als die Frucht im Garten Eden. Ich weiß nicht, was Biliam letztendlich bewog, Gott ein zweites Mal zu befragen. Aber erstaunlicherweise, und das überrascht mich wesentlich mehr, lässt sich Gott auch ein zweites Mal von einem heidnischen Wahrsager befragen. Und was Gott jetzt dem Biliam antwortet, ja, das irritiert mich vollends und wirft bei mir einige Fragen auf. Vers 20 Da kam Gott nachts zu Biliam und sprach zu ihm, wenn die Männer gekommen sind, um dich zu rufen, mache dich auf, geh mit ihnen. Aber nur das, was ich dir sagen werde, das darfst du tun. Ja, bitte. Warum erlaubt Gott jetzt dem Biliam zu gehen? Verführt Gott Biliam damit nicht sogar zur Versuchung? Ein erneutes, klares Nein hätte es Biliam sicher auch einfacher gemacht. Ja, oder war das vielleicht sogar die Konsequenz, aus dem Fehler Biliams Gott erneut zu fragen und damit sein Wort in Frage zu stellen? Ja, war das womöglich gar eine Frucht seines geteilten, unaufrichtigen Herzens? So wie auch heutzutage. Gott uns manchmal einfach gehen lässt. Gott uns tun lässt. Und wo wir uns dann später nicht wundern müssen, wenn alles den Bach runter geht. Gott weiß um die Folgen. Wenn wir nur mit geteiltem Herzen auf ihn hören und meinen, unsere eigenen Wege gehen zu können. Ja, weißt du vielleicht, tief in deinem Herzen, und du wirst es wissen, dass du nicht unverheiratet mit deinem Partner zusammenleben solltest und du tust es trotzdem? Weißt du? Tief in deinem Herzen. Und du wirst es wissen. Und hier weiß ein jeder von uns selber, was wir noch für Beispiele anbringen könnten, die auf uns zutreffen und wo wir uns hinterfragen sollten. Höre ich? Höre ich wirklich mit ungeteiltem, mit aufrichtigen Herzen auf meinen Herrn und Gott? Ja, nehme ich sein Wort überhaupt noch ernst? Was immer der Grund war, warum Gott sich ein zweites Mal hat fragen lassen und warum er vor allem nun auch Biliam die Erlaubnis erteilt zu gehen, so gibt Gott Biliam aber erneut eine klare Anweisung. Geh. Geh mit ihnen. Doch nur das, was ich dir sagen werde, nur das darfst du tun. Erneut spricht Gott Klartext und ich habe den Eindruck, als würde Gott hier sagen, gut, gut Biliam, gut. Wenn du unbedingt gehen willst, so gehe. Aber nur das, was ich dir sagen werde, nur das kannst du tun. Ja, und das, was jetzt folgt, das kriege ich gar nicht mehr auf die Reihe. Denn nun kommen wir zu dieser unglaubwürdigen, wundersamen und schier unglaublichen Geschichte mit dem sprechenden Esel. Wobei die Bibel ja von einer Eselin spricht, was die Sache ein bisschen glaubwürdiger macht. Nein, lassen wir das. Vers 21. Vers 21, Vers 22. Und Biliam machte sich am Morgen auf. Er hatte ja die Erlaubnis jetzt erhalten. Und Biliam machte sich am Morgen auf und sattelte seine Eselin und ging mit den Obersten von Moab. Da entbrannte der Zorn Gottes, dass er ging. Also das verstehe nun, wer will. Also bis hierhin habe ich ja immer noch versucht, eine Erklärung für das Verhalten Gottes zu finden. Aber es wird ja immer undurchsichtiger. Warum denn jetzt dieser Zorn? Gott selbst hatte Biliam aufgefordert zu gehen oder zumindest mal die Erlaubnis erteilt. Und jetzt? Was muss ich da lesen? Da entbrannte der Zorn Gottes darüber, dass er ging. Ja, das klingt doch hochgradig widersprüchlich. Einmal hü und einmal hot. Erst darf er nicht gehen, dann soll er gehen. Und als er dann geht, ist Gott voller Zorn. Und da soll man sich noch wundern, wenn so manch einer nichts von Gott wissen will und sein Wort in Frage stellt. Nun, vielleicht kann uns Vers 32 eine Antwort auf dieses höchst widersprüchliche Verhalten Gottes geben. Vers 32 machen wir diesen Sprung. Zwischendrin fing ja der Esel an zu sprechen und so weiter und so fort. Da kommen wir noch drauf. Und hier in Vers 32, da spricht der Engel Gottes zu Biliam und somit letztlich Gott selbst. Vers 32. Warum hast du deine Eselin nun schon dreimal geschlagen? Siehe, ich selbst bin ausgegangen, um dir entgegenzutreten. Und jetzt kommt die Begründung. Denn der Weg stürzt dich ins Verderben vor mir. In einer anderen Übersetzung heißt es, denn dein Weg ist ganz gegen mich gerichtet. Sieht Gott etwas, was wir nicht sehen? Wir sehen ja immer nur das, was vor Augen ist. Wir würden hier denken, ja, also Biliam macht doch nichts anderes als das, was Gott ihm aufgetragen hat. Aber Gott sieht weiter. Gott sieht weiter als wir. Und nicht nur weiter, sondern vor allem auch tiefer. Gott sieht die Zusammenhänge. Gott sieht in unser Herz hinein. Gott kennt auch unsere Motive und Beweggründe. Gott weiß, Gott weiß, warum du heute Morgen hier im Gottesdienst sitzt. Ob du freiwillig gekommen bist, voller Inbrunst und Freude oder mit so einem Gesicht. Nein, bitte, nicht schon wieder Gottesdienst. Gott weiß. Gott weiß, wo du auch jetzt in diesem Augenblick mit deinen Gedanken bist. Gott sieht nicht nur dein Äußeres, sondern mitten in dein Herz hinein. Werde ich Ihnen zu persönlich? Wird es unangenehm? Geht mich ja schließlich auch gar nichts an? Gut. Gott weiß, dass auch ich nicht immer aufrichtig bin. Gott weiß, dass auch mein Herz nicht immer vollumfänglich bei ihm ist. Gott weiß, dass auch ich im Gottesdienst und in der Gebetsstunde manchmal nur körperlich anwesend bin. Gott weiß, um dich und um mich. Und wie peinlich wäre es, wenn auch sie alles über mich wissen würden. Und umgekehrt kommen wir schnell wieder auf Biliam zu sprechen. Es ist doch viel einfacher, auf ihn zu deuten und ihn als Kamel zu betiteln, als uns an die eigene Nase zu fassen. Biliams Motiv war es jedenfalls nicht, Gott zu loben, zu loben und dessen Namen zu rühmen, sondern er sah die Möglichkeit, sich als den großen Propheten und Wahrsager zu präsentieren, der er auch ganz offensichtlich war. Da er der Moabiterkönig weder Kosten noch Mühen scheute, um Biliam für seine Zwecke anzuwerben. Und Balak, er sprach ja auch über diesen Propheten namens Biliam nachzulesen in Vers 6, zu Beginn dieser Begebenheit in Vers 6. Ja, denn ich habe erkannt, wen du segnest, der ist gesegnet. Und wen du verfluchst, der ist verflucht. Oh ja, Biliam genoss einen guten Ruf. Er war berühmt und ein über die Grenzen hinaus bekannter Prophet. Ein Mann mit Vollmacht und schon fast überirdischen Fähigkeiten. Ja, vielleicht sogar mit dem Teufel im Bunde. So, dass er sich später noch nicht einmal über einen sprechenden Esel verwunderte. Aber Biliam ging es nicht einzig um den Ruhm, sondern ganz offensichtlich auch ums liebe Geld. Ich hatte gesagt, dass Biliam im Neuen Testament dreimal erwähnt wird. Und so beispielsweise auch im 2. Petrusbrief. Und im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 15, da wird auch Bezug genommen auf Biliam mit folgenden Worten. 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 15. Sie sind in die Irre gegangen und sind dem Weg Biliams gefolgt. Und jetzt kommt's. Der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Auch wieder ein Detail, was uns der Textabschnitt aus dem 4. Buch Mose gar nicht schildert. Biliam, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Ja, Biliam ließ sich ganz offensichtlich zu guter Letzt von dem hohen Lohn, den ihm Barak in Aussicht stellte, verlocken. Ja, Biliam war vielleicht sogar guter Dinge, dem Gott Israels, dem er durchaus zugetan war, und dem Moabiter König gerecht zu werden. Aber kann man denn wirklich 2 Göttern dienen? Denken wir daran, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und der Herr Jesus, er sprach selber auch, ja, niemand kann 2 Herren dienen. Nachzulesen in Matthäus, Kapitel 6, Vers 24. Da sagte Herr Jesus, niemand kann 2 Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Biliam, du musst dich schon entscheiden. Du kannst nicht Gott dienen und dem Moabiter König. Entweder oder. War es das, was Biliam letztendlich zu Fall brachte? Sein geteiltes Herz und die nicht zu widerstehende Geld- und Ruhmesliebe? Weiter hier in unserem Text. Vers 22. Wir hatten es gelesen. Da entbrannte der Zorn Gottes, dass er ging, und dann geht es weiter. Und der Engel des Herrn stellte sich in den Weg, um ihm entgegenzutreten. Er aber ritt auf seiner Eselin, und seine beiden Diener waren bei ihm. Und die Eselin sah den Engel des Herrn mit seinem gezückten Schwert in seiner Hand auf dem Weg stehen. Und die Eselin wich vom Weg ab und ging auf den Feld weiter. Und Biliam schlug die Eselin, um sie wieder auf den Weg zu lenken. Und das hat sich ja dann in ähnlicher Weise noch zweimal wiederholt. Und die Frage, die sich mich hier stellt, die lautet, ja, wollte Gott Biliam töten? Die Antwort finden wir in Vers 33. Als der Engel des Herrn zu Biliam spricht, Vers 33. Und die Eselin sah mich und wich vor mir aus, nun schon dreimal. Wenn sie nicht von mir ausgewichen wäre, dann hätte ich dich jetzt erschlagen. Wollte Gott Biliam töten? Ja. Da stellt sich mir aber die nächste Frage. Wieso erkannte ein Esel den Engel des Herrn und rettete dadurch Biliam das Leben? Ja, das klingt doch nicht nur unglaubwürdig, sondern auch noch widersprüchlich. Wollte Gott Biliam töten oder nicht? Und wenn ja, ja, was ist das denn für ein Gott, der sich seinen Plan von einem Esel durchkreuzen lässt? Ja, diese Frage ist provokant, klingt schon fast gotteslästerlich. Aber versuchen wir, diesen Knoten zu lösen. Und diese provokante, ja, und blasphemisch anmutende Frage zu beantworten. Wollte Gott Biliam wirklich töten? Ja, wir haben es gelesen. Ja, aber warum hat Gott es dann gewirkt, dass ein angeblich so dummer Esel den Engel des Herrn erkennt und Biliam, der ganz offensichtlich dümmer als sein Esel war, somit das Leben rettet? Nun, wie es möglich ist, dass ein Tier Gott erkennt, das lasse ich hier einmal unerwähnt, weil es schließlich noch schräger, verrückter und unglaubwürdiger wird. Nämlich spätestens ab dem Zeitpunkt, wo der Esel nicht nur mal kräftig IA macht, sondern wie ein Mensch zu sprechen beginnt. Doch dazu später. Aber warum hatte Gott einerseits die Absicht, Biliam zu töten und doch zugleich seine Rettung ja nicht nur zugelassen, sondern sogar selber bewirkt? Denn eins sollte ja mal klar sein, dass letztendlich nicht der Esel Biliam das Leben gerettet hat, sondern Gott selbst. Und der Esel, der sprach ja auch zu Biliam in Vers 30, ja, nachdem Biliam ja so wütend auf seinen Esel war. Und da spricht der Esel zu Biliam, Vers 30. Und die Eselin sagte zu Biliam, Bin ich nicht deine Eselin, auf der du geritten bist von jeher bis zum heutigen Tag? War es je meine Gewohnheit, dir so etwas zu tun? Mit anderen Worten, der Esel wusste doch selber nicht, wie ihm geschieht. Und eins sollten wir bei alledem merken. Sollten wir uns bei alledem merken. Wenn Gott ein Wunder tut, und das ist hier ja wahrlich geschehen, dann tragen diese Wunder immer zur Verherrlichung Gottes bei. Ja, auf der einen Seite demonstriert hier Gott seine uneingeschränkte Macht. Denn er hätte Biliam sofort ohne jedes Aufhebens töten können. Und niemand hätte das Recht gehabt, Gott deswegen auch nur eine Frage zu stellen, geschweige denn anzuklagen. Gott ist im Recht, in allem, was er tut und lässt. Gott ist souverän in all seinen Entscheidungen. Gott ist allmächtig und heilig. Gott ist der Töpfer und wir der Ton. Gott ist Gott. Und nicht irgendein von Menschen kreierter Hampelmann. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Und daran wird sich auch nichts ändern. Da Gott derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und ich sage es ihnen mitten ins Gesicht. Und wenn sie es nicht ertragen, dann erhalten sie sich für einen Moment ihre Ohren zu. Gott hat die Macht. Und Gott hat das Recht, mit ihnen, mit dir und mit mir zu tun, was er will. Und ich sage darüber hinaus, dass es für jeden Menschen schrecklich sein wird, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wenn. Ja, wenn sie nicht den kennen und von ganzem Herzen lieben, der Jahrzehnte später auf einem Esel reitend nach Jerusalem kam, um für uns ans Kreuz zu gehen und ihre und meine Sünden zu sühnen. Und genau das ist die andere Seite der Geschehnisse hier um Biliam, nämlich Gottes Gnade. Gott hat die Macht, Biliam zu töten. Und er führt diese, seine uneingeschränkte Macht, Biliam vor Augen, damit dessen Stolz gebrochen und ihm die Augen geöffnet werden. Ja, geöffnet für die Wahrheit, für den einzig wahren, heiligen, eifersüchtigen und allmächtigen Schöpfer, dem lebendigen Gott, dem Gott der Bibel, dem Gott Abrahams, Isaks und Jakobs, dem, der nichts, aber auch rein gar nichts gemein hat mit den toten und nichtsnutzigen Göttern der Heiden und Nationen. So wie es einst auch der Prophet Micha sagte, wer, wer ist ein Gott wie du? Es gibt keinen Zweiten. Es gibt nur den einen, den Wahrhaftigen, der uns in Jesus Christus offenbar gemacht wird. Gott ließ Biliam am Leben. Ja, einerseits, um auch im weiteren Verlauf dieser Geschehnisse, wir kommen ja gar nicht dazu, Kapitel 23, Kapitel 24, um auch im weiteren Verlauf dieser Geschehnisse seine Herrlichkeit an Biliam, an Israel und an die umliegenden Völker zu beweisen. Ja, letztendlich benutzt Gott Biliam sogar, um sein Volk zu segnen. Aber genauso war es auch ein Akt der Gnade, um Biliam Raum und Zeit zur Buße zu gewähren. Und wohl dem, an den Gott seine Macht demonstriert, um den Menschen in die Demut und in die Buße zu führen. Wohl dem, dessen Stolz gebrochen und wessen Leben dadurch gerettet wird. Nachdem der Esel dreimal Biliam das Leben gerettet und Biliam diesen in seinem Zorn dreimal geschlagen hatte, fing der Esel an zu sprechen. Vers 28. Vers 28. Da öffnete der Herr, Jachwe, den Mund der Eselin. Und sie sagte zu Biliam, was habe ich dir getan, dass du mich nun schon dreimal geschlagen hast. Ein Wunder. Wahrlich ein Wunder. Des Schöpfers, der alles erschaffen und dem alles unterworfen ist. Einschließlich der Sprache. Und im Neuen Testament, da wird dieses Wunder ja auch bestätigt. Das vergessen viele. Im Neuen Testament findet das eine Bestätigung. Im zweiten Petrusbrief, Vers 15, hatten wir ja bereits gelesen aus Kapitel 2. Zweite Petrus, Kapitel 2, Vers 15, wo gesagt wurde, dass Biliam den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Und dann geht es weiter, Vers 16, 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 16. Petrus bezeugt hier, aber eine Zurechtweisung der eigenen Gesetzlosigkeit empfing. Ein stummes Lasttier redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. Hier handelt es sich also nicht um eine alttestamentliche Fabelgeschichte, oh nein. Hier handelt es sich vielmehr um ein von Gott gewirktes, fabelhaftes und einzigartiges Wunder, das im Neuen Testament seine Bestätigung findet. Und wer Gott das nicht zutraut, dass er Besitz über einen Esel ergreift und diesen sprechen lässt, der hat schlicht und ergreifend von Gott keine Ahnung. Mein Gott, mein Gott, nämlich hier der Gott der Bibel, der kann das ganze Universum nicht nur in sechs Tagen, sondern auch in drei Minuten erschaffen, wenn er will. Mein Gott, an den ich glaube, der kann einer Jungfrau nicht nur ein Kind, sondern sogar Vierlinge schenken, wenn er das will. Mein Gott, nämlich der Gott Abrams, Isaks und Jakobs, der kann nicht nur einen Esel sprechen, sondern einen Goldhamster Feuer speien lassen, wenn ihm danach ist. Mein Gott kann das. Und wenn ihr Gott das nicht kann, dann sage ich ihnen abermals mitten ins Gesicht, dann glauben sie an einen toten Gott, der dich nicht retten, sondern ins Verderben führen wird. Oh ja, sie können mich als dumm, naiv, stur und kindlich bezeichnen. Und alles mag ein Stück weit zutreffen. Aber ich glaube daran. Ich glaube an das, was hier geschrieben steht. Und ich bin froh und dankbar über solch einen Gott, der ein noch viel größeres Wunder bewerkstelligt hat, als nur einem Esel das Maul zu öffnen. Denn derselbe Gott, der hat dafür gesorgt, dass ich, Thomas Lied von Lottstetten, an dem nichts Gutes ist, der ein lebendiger Nichtsnutz ist, dessen Gedanken unrein und dessen Taten fragwürdig sind, dass eben jener Thomas Lied, einst in der Herrlichkeit, auf immer und ewig bei diesem heiligen, allmächtigen und einzigartigen Gott zur Ruhe kommen darf. Bei dem Gott, der keinen Ungehorsam toleriert, bei dem Gott, der keine Sünde duldet, bei dem Gott, der mir aber in seinem Sohn Jesus Christus seine nicht in Worte zu fassende Liebe und Gnade vollumfänglich erwiesen hat. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Ein Wunder, das jedem sprechenden Esel die Sprache verschlagen lässt. Ein Wunder, das alles in den Schatten stellt. Zu Ihrer Erleichterung will ich hiermit zum Schluss kommen. Obwohl der weitere Verlauf, Kapitel 23, Kapitel 24, oh ja, es alle Male wert wäre, betrachtet zu werden. Jedenfalls ist das Ende von Biliam sehr tragisch. Denn obwohl er Gottes Macht und seine Gnade unmittelbar zu spüren bekam und obwohl Biliam auf Gottes Geheiß in Israel segnete und sogar auf den kommenden Erlöser hat hinweisen dürfen, ließ er sich verführen und wurde schlussendlich durch die Israeliten getötet. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, wenn man die Gnade Gottes abweist und meint, seinen eigenen Weg gehen zu können. Biliam ist diesem Trugschluss erlegen, zu glauben, Gott und dem Moabiter König dienen zu können. Wie ist es da um uns bestellt? Dienen und rühmen wir dem einzig wahren Schöpfergott wirklich mit ganzen, ungeteiltem und aufrichtigem Herzen? Mag der Herr es schenken, dass wir es wie Joshua mit ungeteiltem Herzen sagen können, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Amen.